Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Zyklon-Staubsauger-Tests an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Das 5. auf der Liste ist der Amazon Basics Zylinder. Dieser Staubsauger von Amazon Basics ist ideal für die Reinigung von Haus und Auto. Er hat einen leistungsstarken 700 Watt Motor und ist dennoch klein und leicht, sodass Sie ihn leicht die Treppe hinauf und hinunter oder in die Garage tragen können. Die Zyklon-Wirkung hält den Schmutz vom Filter fern und verhindert ein Verstopfen. Sie müssen die Filter auch nicht alle paar Monate austauschen, waschen Sie sie einfach aus, wenn Sie schmutzig werden. Der HEPA-12-Filter fängt 99,5% aller Partikel ein und sorgt so für eine saubere Luft, was diesen Staubsauger besonders geeignet macht für Haushalte com allergikern. Com una capacita del serbatorio di 1,5 litri e possibile ottenere anche einen größeren Riesparmio der Energie, ohne dass eine Pumpe des Schmutzkommers reinkommt. Dieses Aspira-Polver ist ideal für die Polizei und der Autos. Er hat einen potenden Motor mit 700 Watt, Ma e abbaast anza piccolo e leggero da pota essere transportato facilmente su e di per le scede o in garage. Weiter in vierten Platz ist der Philips Domestic Appianzas. Der beutellose Staubsauger FC 9309 von Philips Domestic Appianzas ist ein leistungsstarker und kompakter Staubsauger im Kanisterformat, der sich perfekt für die Reinigung aller Arten von Oberflächen eignet, einschließlich Hartböden. Der FC 9309 verfügt über eine kombinierte Zubehördüse, mit der Sie auch enge Räume und Ecken problemlos reinigen können, sowie über einen beutellosen Staubsaugerbeutel, der dazu beiträgt, die Menge an Staub und Allergien, die in die Luft abgegeben werden, zu reduzieren. Inoltre, il Philips Staubsauger e dotato di un filtro HEPA, che consente di ottenere una filtratione pi accurata e di ripristinare l'aria durante il processo di filtratione. Inoltre, il FC 9309 e uno Staubsauger molto efficiente e compatto, ideale per il risonamento di tutti i tipi di corpi estranei. Il FC 9309 di Philips Domestic Appliances e un Aspirapolvera Atanica Potente e Compatto Das dritte Punkt auf unserer Liste ist der Roventa RO 3731. Der Roventa RO 3731 Compact Power Cyclonic Vacuum Cricum Cliana ist ein beutelloser Staubsauger, der die beste Bewertung für die Staubaufnahme auf Hartböden hat. Dieser Staubsauger verfügt über ein fortschrittliches Monozykron-Filtersystem für eine hervorragende Staubluftabscheidung und eine Klassifizierung für Staubemissionen dank Hochleistungsfilter, Allergien werden optimal erfasst und das Wachstum von Bakterien wird verhindert. Der Roventa RO 3731 Compact Power Cyclonic Staubsauger ist mit einem Clean Express System für eine einfache und hygienische Entleerung des Staubsaugerbehälters ausgestattet und verfügt über einen 8.8 M-Kabelschlag per una grande quantità di liquidi e per un facile transporto. Roventa RO 3731 Compact Power Cyclonic E.U.N. Aspira-Polvere Senza Sacco C.H. Odneto in Miglio Puntejo per la Recolta della Polvere sui Pavimenti Duri. Das zweite Produkt auf unserer List ist der Orfeld Akku Staubsauger. Dieser kabellose Staubsauger mit einer starken Sauglistung von 22.000 Paar ist perfekt für eine schnelle Reinigung. Die langlebigen, wiederaufladbaren Akkus ermöglichen bis zu 30 Minuten Dauerbetrieb und das leistungsstarke HEPA-Filtersystem mit Zyklon und 5 Stufen erzeugt einen Hochgeschwindigkeitslöpström, der Staub- und Schmutz für lang anhaltende Ergebnisse abscheidet. Das kabellose Design mit vielseitigen Aufsätzen gibt Ihnen die Freiheit, überall einfacher zu reinigen, drinnen, draußen und sogar im Auto. Mit seinem ultraleichten Rahmen wiegt er weniger als 1,5 kg und ist daher leicht zu transportieren. Los Staubsauger e Anche Compatto e Si Adatta a Tutti Glicchermi Zusammenfassend lässt sagen, dass dieser Staubsauger eine großartige Wahl für alle ist, die nach einem kabellosen und leistungsstarken Gerät suchen. Questo Aspirapolvere senza fili con una forte potenza di Aspiratione di 22.000 Paar e Perfetto per una Polizia Rapida. Und die Nutz unserer Liste ist schließlich der Kärcher Staubsauger VC3. Der Kärcher Staubsauger VC3 ist ein kompakter und effizienter Premium-Staubsauger für die gründliche Reinigung von Hartböden, Teppichen, engen Fugen und empfindlichen Oberflächen. Ausgestattet mit einer Fugendüse und einer Möbelbürste ist der praktische Staubsauger ideal für die Reinigung aller Bereiche im Haus. Die Multizyklontechnologie und der transparente, leicht auswaschbare Schmutzbehälter sorgen dafür, dass teure Nachkäufe und der lästige Austausch von Filtertüten entfallen. Der integrierte HEPA-Filter sorgt für ein sauberes, gesundes Wohnumfeld und entfernt zuverlässig auch feinsten Schmutz und Staub. Der Staubsauger ist sehr leicht, weil er sehr gut benutzt ist, dank der seine Strukturen kompattern ist. Und inoltre in Grado-Di stupiere mit einem legeren Liveau-Di-Pressione Di 79 dB. Mit seiner Technologie avançat, der Staubsauger nicht nur nur Zeit und Geld, sondern auch Geld. L'aspirapolvere Kärcher VC3 e UN Aspirapolvere Premium Compatto ed Efficiente per la Polizia Accurata dei Pavimenti Durii, Tapeti, Giunti Stretti e Superfici Sensibili. Vielen ansehen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben, und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Update-Updates verpasst. WDR ξ